Jesus kam, um die Macht des Todes zu brechen. Deswegen kam er aus dem Grab, um uns zu zeigen, habt keine Angst, ich habe den Tod besiegt. Ich habe den Tod besiegt. Jesus hat eine Reise, das ist was wir, Gott sei Dank, Gott sei Dank, wünschen Sie die Besten und behalten Sie.